Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Beim Teutates oder wie wir in der Pfalz sagen, Jo Allah. Asterix geht nun mittlerweile in die fünfte Realverfilmung, doch diesmal mit Neubesetzungen. Und nein, ich meine nicht Zlatko, sondern Zlatan Ibrahimovic, der hier auch eine Gastrolle spielt. Ich bin der Sven und darf unseren Stammtisch-Truiden Stuardo Nix zum neuesten Streifen befragen. Hallo Stuardo Nix. Heil Cäsar, hallo, vielen Dank. Sehr gut, sehr gut. Wie stehst du zu Asterix und wie stehst du zu den Filmen? Also ich habe als Kind, glaube ich, ein Asterix-Comic besessen. Das war auf Corsica und fand es immer todeslangweilig. Aber ich gehöre zu der Generation, wie du vermutlich auch Sven, die damit groß geworden ist, dass auf Sat.1 minimum dreimal im Jahr die ganzen Asterix-Realfilme, Trickfilme, Freitagabends gezeigt worden sind und habe sie dementsprechend mehr als nur einmal gesehen. Und mochte sie auch alle, die letzten waren nicht mehr ganz so stark, wobei die ganzen neuen waren wieder sehr gut, aber wir alle kennen so Klassiker wie natürlich bei den Briten und natürlich das meiste Werk schlechthin erobert Rom. Und ja, die Animationsfilme sind Klassiker, sind amüsant, haben Charme, gucke ich mir auch gerne heute noch an. Die Realfilme und im Reich der Mitte ist jetzt der fünfte bereits, fand ich alle scheiße. Zeichentrick, alten kenne ich, die neuen kenne ich nicht und von den Realverfilmungen habe ich generell irgendwie die Finger weggelassen. Nun ja, im Reich der Mitte, hast du ja schon gesagt, ist der Neueste, worum geht's denn? Ich könnte jetzt natürlich das jetzt mit eigenen Worten zusammenfassen, aber ich werde einfach mal auf die offizielle Synopsis von Leonine zurückgreifen und die schreiben. Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Die Kaiserin von China befindet sich nach einem Staatsstreich angezettelt von dem verräterischen Prinzen Dancing Queen in Gefangenschaft. Mithilfe eines chinesischen Händlers und der ergebenen Leibwichterin flüchtet Prinzessin Wunda, die einzige Tochter der Kaiserin, nach Gallien, um sich die Unterstützung der heldenhaften Krieger Asterix und Obelix zu sichern, die dank des Zaubertragens über übermenschliche Kraft verfügen. Die beiden unzertrennlichen Helden sind gerne bereit, der Prinzessin bei der Rettung ihrer Mutter und der Befreiung ihres Landes zu helfen und so beginnt eine lange Reise und ein großes Abenteuer auf dem Weg nach China. Aber Cäsar und seine mächtige Armee dürstet es nach einem neuen Siegeszug und so sind auch sie auf dem Weg zum Reich der Mitte. Top, vielen Dank. Das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, als ich den Trailer gesehen habe, ich habe natürlich nur den Trailer gesehen, ist die Neubesetzung. Wie schlagen die sich denn? Es ist der erste Realfilm, in dem Gérard Depardieu nicht Obelix spielt. Das macht jetzt Gilles Lelosch, glaube ich, heißt der werte Mann und ja, es ist halt, ich finde, das ist so Asterix als Live-Action, es sieht alles irgendwie schon so seltsam aus. Und ich kann auch nicht sagen, dass es gut oder schlecht gespielt wird, weil letztlich sind es einfach Cartoon-Figuren und Cartoon-Figuren, was soll man da sagen? Wirken die authentisch? Wirken die realistisch? Nein. Es sind einfach nur Cartoon-Figuren, einfach nur Cartoon-Figuren und die tun alles das, was sie tun sollen. Deswegen fällt es mir echt schwer zu sagen, dass das darstellerisch jetzt auf einem guten Level ist. Ich kann so viel sagen, dass der Guillaume Canet den Asterix spielt, aber auch den Film inszeniert. Und ansonsten sind das alles, man merkt bei ein paar Leuten, wie zum Beispiel Marion Cotillard spielt die Akdeopatra in ein paar Szenen, da merkt man durchaus eine gewisse Spielfreude durchscheinen. So viel kann ich sagen. Aber jetzt das bewerben zu wollen, das ist gut oder schlecht, fällt mir sehr schwer. Dann die Frage, beim Trailer ist mir direkt aufgefallen, dachte ich, Asterix meets Kung-Fu, harmoniert das? Es gibt zwei, drei größere Action-Szenen, in denen Asterix mit Kung-Fu konfrontiert wird. Einmal durchaus, dass er auch gegen Kung-Fu-Leute kämpfen muss, einmal auch, dass er mit ihnen kämpfen muss. Das ist, wenn man mal darüber nachdenkt, eigentlich eine sehr schöne Idee, denn wir wissen ja, wie Asterix oder Obelix kämpft. Das ist ja einfach nur à la Bud Spencer einmal drauf und die Sachen verledigt. Hätte man, glaube ich, viele schöne Sachen mitmachen können, tun sie hier aber nicht. Die kämpfen halt einfach gegeneinander oder miteinander und gut ist. Dazu kommt, dass die zwei, drei Martial-Art-Sequenzen auch nicht besonders gut inszeniert sind. Es gibt viele Schnitte, es ist sehr unübersichtlich und man merkt auch, dass da höchstwahrscheinlich Leute am Werk waren, die jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem Martial-Arts-Kino haben. Das ist dann eher enttäuschend. Okay. Auch im Trailer angedeutet fand ich so den Humor, der klang für mich eher so nach Flach-Furz-Witzen. Wie ist es denn Film über? Bleibt es auf dieser Schiene oder entwickelt der sich ein bisschen weiter? Der Film ist in Sachen Humor, wie ich finde, eine komplette Bankrotterklärung. Also, wenn man den Humor bewerten würde, einfach an dem, wenn man feststellt, wie oft man gelacht hat, ist meine klare Antwort null. Ich habe da null Mann lachen müssen. Wer aufgepasst hat, der Bösewicht im Film heißt Dancing Queen. Dancing Queen. Also Deng-Zin-Queen. Ja, die Art von Humor ist das. Natürlich hat Asterix das schon immer gemacht. Zum Beispiel der Adjutant von Cäsar, der mit ihm hinterherläuft und alles aufschreibt, was er macht. Da heißt Biopics. Das ist noch ganz nett. Aber das alles ist so zwanghaft auf modern geeicht. Das funktionierte bei mir wirklich gar nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, bei der Vorstellung waren auch Kinder anwesend und die kamen dann sehr glücklich und verspaßt aus dem Kino. Deswegen vielleicht da die klare Warnung. Ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film. Dieser Film zielt, glaube ich, schon sehr deutlich, aber eher etwas jüngeres Publikum ab. Okay, also war die lange Laufzeit von, glaube ich, 112 Minuten für dich eher eine Bestrafung anstatt eine Belohnung? Ja, also langatmig war er jetzt nicht. Aber wenn du halt wirklich fast zwei Stunden im Kino sitzt und nicht mehr machen kannst, als reaktionslos auf die Leinwand zu starren, dann wird es halt irgendwann auch ein bisschen fade. Ich fand aber, der Trailer hatte schon ein paar epische Momente. Die Kamerafahrten über die Wüste und dann auch Zlatan Ibrahimovic, der dann mitten im Feuer stand und sein Siegesgebrüll von sich gab. Da dachte ich noch, das sieht aber alles gar nicht so schlecht aus. Doch was du so erzählt hast, klingt eigentlich eher so das Gegenteil. Also der Film hatte ja ein Budget von 70 Millionen. Das ist für eine europäische Produktion ordentlich. Und ich finde, man sieht auch, dass er eine gewisse Wertigkeit hat. Es gibt ein paar sehr schöne Kameraaufnahmen. Ja, es hat alles so Hand und Fuß. Das Einzige, was sie nicht gut hinbekommen haben, ist so der Look einzelner Figuren. Das sieht oftmals mehr aus wie Cosplay oder Krippenspiel. Aber insgesamt so von der Technik her ist das schon sehr hochwertig gemacht. Aber es ändert einfach nichts daran, dass ich halt eben saß und dachte, warum gucke ich mir das eigentlich überhaupt an? Ich wartete die ganze Zeit, dass es mich das ähnlich bespaßt und begeistert und abholt wie halt eben diese alten Asterix-Filme. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, man muss endlich mal kapieren, dass es nicht damit getan ist. Du kannst Animationsfilme oder Comics nicht einfach eins zu eins, glaube ich, umsetzen als Film. Das funktioniert nicht. Das hat ja Disney jetzt schon mehrfach bewiesen mit ihren komischen Live-Action-Remacks. Aber ich finde, dass die Asterix-Reihe-Filme dafür noch bessere Vertreter sind, um das unter Beweis zu stellen. Dass es nicht ausreicht, einfach das Drehbuch eines Animationsfilms zu nehmen, um das einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt mit echten Darstellungen fertig ist. Das wirkt einfach unnatürlich. Das Ganze, es wirkt auch zu forciert. Und ja, ganz ehrlich, es ist einfach sterbenslangweilig gewesen. Tauchen eigentlich noch andere aus dem Asterix bekannte Gesichter auf, die zum Beispiel im Dorf, in Trubadix, den man ja immer, also den ich persönlich immer sehr witzig fand. Oder ist es einfach nur auf die beiden gemünzt, die dann mit der Prinzessin unterwegs sind? Es ist schon, man hat schon die ganzen Klassiker der Reihe sind drin. Wir haben Trubadix, wir haben Miraculix, wir haben den Kampf zwischen dem Fischhändler und dem Schmied. Es gibt auch eine Prügelei im Dorf, aber es fehlt irgendwie, weißt du, wenn du ein Cartoon hast, ein Zeichentrick, dann kannst du dir auch wirklich so Übertreibungen reinbringen, Überspitzungen, ja? Und das fehlt hier halt einfach. Das wirkt irgendwie alles so falsch. Es wirkt so, ich weiß es nicht, ich kann das nicht in die rechten Worte fassen, aber ich saß da nur und dachte mir auch wirklich dabei, wenn das jetzt ein Trickfilm wäre, würde es für mich, glaube ich, besser funktionieren. Also, kannst du dir vorstellen Bugs Bunny und dann nimmst du statt Bugs Bunny und Elmar Fad nimmst du einfach zwei Menschen, irgendwie, weiß ich nicht, wirkt auch, glaube ich, eher seltsam als amüsant. Ja, das stimmt. Kannst du dir irgendwas Positives über den Film sagen? Gibt es irgendwas, was dir gefallen hat? Ich mag Winston Cassel und habe mich gerne, der spielt hier Cäsar, der hat auch erstaunlich viel Screentime, dem zuzugucken, macht Freude. Mario Cotillard in ihren paar kleinen Cleopatra-Szenen, finde ich, hat auch relativ funktioniert. Dann wurde mir angetragen, dass die Szenen mit diesem Fußballer wohl auch ganz gut sein sollen, aber da bin ich raus, denn Sven wird es bestätigen können. Ich kenne nur Slatko und nicht Zlatan. Ansonsten, es tut mir wirklich leid. Ich kann zu diesem Film auch nicht mehr sagen. Der ist so, der verpuffte so. Das ist so ein absoluter Egal-Film. Also, ich fand den nicht gut. Er hat mich nicht aufgeregt, aber da war nichts dran, wo ich sage, Holla die Waldfee, das ist etwas, über das kann ich reden, über das möchte ich reden. Wenn ihr Asterix-Fans seid und auch die Realfilme mögt, dann geht ins Kino. Ab dem 17. Mai könnt ihr die in Deutschland gucken. Aber ganz ehrlich, boah, das ist für mich wirklich wieder der Beweis, es gibt keinen einzigen guten Asterix-Realfilm. Leider. Okay, die Kritik hast du ja auch gleich noch mit reingepackt. Ich hätte tatsächlich keine weiteren Fragen mehr. Hast du noch irgendwas oder soll man den Sack zumachen? Machen wir den Sack besser zu, weil ansonsten wird das hier nur so eine repetitive Veranstaltung. Ich sage noch einmal, ich fand den Film wirklich nicht gut. Wenn es euch anders gehen sollte, dann freut es mich für euch. Dann ist der Film nicht umsonst entstanden. Aber ich gucke mir lieber noch 3000 Mal Erobert Rom an, als noch einmal einen Asterix-Realfilm. Okay, ihr habt es gehört. Dann verabschiede ich mich schon mal und dann darf der Dorftruide. Tschüss, tschüss. Ich möchte meine Mutter grüßen, meine Tante, meinen Onkel und dem Kessel Zaubertrank, dem ich als Kind gefallen bin und seitdem kann ich machen, dass die Duft riecht. Alles dann. Alles bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.